Krebs Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Die jüngsten Veränderungen in deinem beruflichen Umfeld oder in einer Gruppe, in der du dich engagierst, könnten dich dazu veranlassen, deine Ziele neu zu überdenken und anzupassen. Auch wenn sich die unmittelbaren Veränderungen beunruhigend anfühlen, können sie den Weg für neue, aufregende Möglichkeiten ebnen, die du bisher nicht in Betracht gezogen hast. Nutze diese Zeit als Sprungbrett, um neue Ziele und Träume zu entdecken, die mit deiner aktuellen Situation übereinstimmen. Wenn du deine nächsten Schritte strategisch planst und diese Zeit des Übergangs nutzt, kannst du dir neue Ziele setzen und erfolgreich sein. Denke daran, dass jede Veränderung eine Chance ist, dich auf deinen wahren Weg auszurichten und Ziele zu verfolgen, die dich auf einer tieferen Ebene erfüllen. Die kosmische Energie des heutigen Tages erhöht deine emotionale Sensibilität und macht dich empfänglicher für die Stimmungen und Schwingungen um dich herum. Da du von Natur aus auf Aufmerksamkeit reagierst, könnte dich die Intensität der heutigen Einflüsse überraschen. Um dein Gleichgewicht zu halten, ist es wichtig, auf deine Ernährung zu achten. Achte darauf, dass du regelmäßig ausgewogene Mahlzeiten zu dir nimmst, die sowohl deinen Körper als auch deine Seele nähren, und trinke viel Wasser. Das hilft dir, den Boden unter den Füßen zu behalten. Der Verzicht auf verarbeiteten Zucker und das Vermeiden von gedankenlosem Essen tragen ebenfalls zu deiner emotionalen Stabilität bei und helfen dir, den Tag mit mehr Leichtigkeit zu meistern. In letzter Zeit hat sich deine Herangehensweise merklich verändert. Du konzentrierst dich nicht mehr auf exklusive Kreise oder Ideen, sondern nimmst eine umfassendere Perspektive ein. Diese positive Veränderung wird dir wahrscheinlich Wohlstand und Erfolg bringen, vor allem in deinem Berufsleben. Indem du dich für ein breiteres Spektrum an Ideen und Standpunkten öffnest, stellst du die Weichen für Wachstum und Fortschritt. Sei weiterhin offen für unterschiedliche Perspektiven und integriere sie in deine Arbeitsmoral. Diese Offenheit wird nicht nur deine persönliche Entwicklung bereichern, sondern auch deinen Beitrag an deinem Arbeitsplatz verbessern und zu lohnenden Ergebnissen führen. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten verschafft dir Klarheit über die jüngste ungewöhnliche Dynamik in einer engen Beziehung. Du und dein Partner habt euch vielleicht in eine gemeinsame Illusion oder Fantasie hineingesteigert, die zwar aufregend war, aber nicht auf dem Boden der Realität lag. Dies zu erkennen, kann ein entscheidender Moment sein, der es euch beiden ermöglicht, eure Beziehung auf einer solideren und wahrhaftigeren Grundlage wiederherzustellen. Indem ihr euch mit dieser Erkenntnis auseinandersetzt, könnt ihr eure Bindung vertiefen und eine authentischere und erfüllende Beziehung führen, in der reale Interaktionen eure Beziehung auf allen Ebenen bereichern. Mach dich auf eine angenehme Überraschung gefasst, denn dein Horoskop enthüllt die bemerkenswerten Zeichen, die deinem Liebesleben eine neue Dosis Aufregung verleihen und dein Herz höher schlagen lassen als je zuvor. Mach dich auf eine aufregende Reise voller unerwarteter Wendungen gefasst, denn das Universum hat sich verschworen, dir Momente purer Freude und Verbundenheit näher zu bringen. Ob es eine spontane Geste deines Partners ist, die dich sprachlos macht, oder eine zufällige Begegnung mit jemandem, der einen Funken in dir entzündet, diese Zeichen sind wie Brotkrumen, die dich zu neuem Glück und Erfüllung führen. Bleib also wachsam und genieße die glücklichen Momente, die sich dir bieten, denn die Liebe liegt in der Luft und das Universum ist auf deiner Seite. Wenn wir das chinesische Neujahrsfest des Holzdrachen feiern, ist dies eine Zeit, in der wir uns auf die Qualitäten vertrauen, Mut und das Streben nach Größe besinnen. Das Jahr des Drachen ermutigt uns, das Außergewöhnliche zu suchen und die Herausforderungen des Lebens mutig anzugehen. Wenn der Mond in die Fische übergeht, nimm dir einen Moment Zeit, um über die Weisheit und Stärke des Drachen nachzudenken und zu überlegen, wie du diese Qualitäten in dein eigenes Leben integrieren kannst. Für diejenigen, die im Jahr des Affen, des Hahns oder des Schweins geboren sind, verspricht diese Zeit besonders verheißungsvoll zu werden. Lass dich von der verheißungsvollen Energie des Drachens zu einem Jahr voller Erfolg und persönlichem Wachstum führen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarotlesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarot-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die Zehn der Kelche ist eine Karte, die ein hohes Maß an emotionaler Zufriedenheit und Glück in deinen persönlichen Beziehungen und deinem Familienleben symbolisiert. Sie spiegelt eine Zeit wider, in der du dich mit den emotionalen Beziehungen, die du zu anderen aufgebaut hast, vollkommen zufrieden und glücklich fühlst. Diese Karte unterstreicht das Gefühl der Einheit, der Liebe und des gegenseitigen Respekts in deinem engsten Umfeld und trägt zu einem tiefen und dauerhaften Gefühl der Freude bei. Sie ist eine Aufforderung, die starken emotionalen Bindungen, die du mit deiner Familie und deinen Freunden teilst, nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu feiern. Die Zehn der Kelche deutet darauf hin, dass diese Beziehungen eine Quelle tiefer Erfüllung und Freude in deinem Leben sind. Das As der Kelche steht für den Beginn neuer emotionaler Erfahrungen und signaliert das Aufkommen neuer Gefühle der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Zufriedenheit. Diese Karte zeigt das Potenzial für neue und tiefe emotionale Verbindungen an und deutet darauf hin, dass du dein Herz für neue Liebeserfahrungen öffnest. Es könnte auf den Beginn einer bedeutenden emotionalen Reise oder Beziehung hindeuten, die Möglichkeiten für Liebe, tiefe Verbindungen und spirituelles oder emotionales Wachstum bietet. Das As der Kelche ermutigt dich, die Fülle der Liebe um dich herum zu begrüßen und anzunehmen und dir selbst und anderen mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Diese Karte verkörpert die Qualitäten von Verantwortung, Verlässlichkeit und Zielstrebigkeit. Der Ritter der Münzen steht für eine praktische, fleißige und geduldige Denkweise, die für die Verwirklichung deiner Ambitionen unerlässlich ist. Er steht für eine engagierte und fleißige Person, die bereit ist, sich für langfristige Belohnungen und Erfolge anzustrengen. Diese Karte erinnert dich daran, wie wichtig Disziplin und methodische Planung in allen Bereichen des Lebens sind und ermutigt dich, beständig und beharrlich auf deine Ziele hinzuarbeiten. Die Kombination der Zehn der Kelche, des As der Münzen und des Ritters der Münzen in dieser Deutung deutet auf eine Zeit hin, die von tiefer emotionaler Erfüllung und dem Potenzial für neue Anfänge in deinem Gefühlsleben geprägt ist. Die Zehn der Kelche deutet auf eine Phase der Zufriedenheit und des Glücks in deinen Beziehungen hin und unterstreicht die Bedeutung des emotionalen Unterstützungssystems, das du mit deinen Liebsten hast. Das As der Kelche eröffnet dir die Möglichkeit neuer emotionaler Erfahrungen und Verbindungen und weist auf eine Zeit der emotionalen und spirituellen Entwicklung hin. Der Ritter der Münzen erdet diese emotionalen Erfahrungen mit einem Aufruf zur Verantwortung und Sachlichkeit und erinnert dich daran, dich zu konzentrieren und fleißig auf deine langfristigen Ziele hinzuarbeiten. Diese Tarotdeutung deutet auf ein harmonisches Gleichgewicht von emotionaler Freude, neuen Anfängen in der Liebe und stetigem Fortschritt hin. Es deutet darauf hin, dass du sowohl emotionale Zufriedenheit als auch materiellen Erfolg erfahren kannst, wenn du dich der Liebe hingibst, tiefe Beziehungen pflegst und diszipliniert vorgehst. Untertitelung des ZDF, 2020